Herzlich willkommen liebe Studierende zur Lehrveranstaltung die Sustainable Development Goals in Theorie und Praxis. Heute wollen wir uns in diesem Interview mit dem SDG Nr. 10 beschäftigen und zu diesem Zweck unterhalte ich mich heute mit Herrn Christopher Duis vom Bremer Entwicklungspolitischen Netzwerk. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Duis, fangen wir doch mal damit an, dass Sie sich und das Bremer Entwicklungspolitische Netzwerk vielleicht mal kurz vorstellen. Ja, ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler, habe mich in meinem Studium konzentriert auf internationale Politik, Wirtschaftspolitik und öffentliches Recht und bin seit 2009 im Bremer Entwicklungspolitische Netzwerk. Das Bremer Entwicklungspolitische Netzwerk ist ein eingetragener Verein und wir machen entwicklungspolitische Inlandsarbeit und sind das Landesnetzwerk der entwicklungspolitischen Gruppen im Land Bremen. Also bei uns sind entwicklungspolitische Gruppen Mitglied. Unsere Mitglieder haben zum Teil Projekte im globalen Süden, wir nicht. Also wir konzentrieren uns nur auf Bremen bzw. auf Deutschland und gucken, was man da entwicklungspolitisch machen kann, ändern kann, anregen kann. Ganz konkret, wenn man sich anschaut, wie tun wir das? Für unsere Gruppen bieten wir Beratungsangebote an und machen Netzwerkarbeit. Die Netzwerkarbeit führt dann zum Teil auch zur Lobby- und Advocacy-Arbeit gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und wir engagieren uns aber auch in Projekten. Sei es zum Thema Agenda 2030, Sustainable Development Goals, sei es zum Thema Unternehmensverantwortung oder öffentlicher Einkauf nach sozialen Kriterien, solch Dinge. Okay, jetzt haben Sie gerade das Stichwort dieser Lehrveranstaltung auch schon genannt, die Sustainable Development Goals. Seit wann und in welcher Form engagiert sich das BEN denn im Detail mit den Sustainable Development Goals? Das ist ein bisschen schwierig abzugrenzen, weil wir uns schon mit den Vorgängern beschäftigt haben, also den Millennium Development Goals. Damals waren es ja 8 Ziele, jetzt sind es 17 Ziele und der Übergang war für uns ein bisschen fließend. Also zum einen haben wir uns schon mit den sogenannten MDGs, Kurzform von Millennium Development Goals, kritisch auseinandergesetzt und haben da eigentlich so drei Problemlagen gesehen, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich aus unserer Sicht nicht so glücklich. Das war einmal der Bereich ökologische Nachhaltigkeit, war ein bisschen unterbelichtet. Dann war es das Thema, dass das Gelingen dieser MDGs an den Ländern des globalen Süden hinkt und zwar ausschließlich. Die ganzen Ziele waren nur sogenannte Entwicklungsziele. Und der dritte Punkt, dass das Thema Kriege und Rüstungsexporte nicht vorkamen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, Übergang, 2015 wurden die SDGs verabschiedet von der UN-Generalversammlung, haben wir schon im Vorfeld darauf hingewirkt, dass auch in Bremen diese Ziele beachtet werden oder zumindest mit in Anspruch genommen werden. Das führte zum Beispiel dazu, dass die entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Bremens, die im März 2015 verabschiedet wurden, schon auf die SDGs und die Agenda 2030 eingegangen sind, obwohl diese erst im September 2015 verabschiedet wurden. Okay. Das Thema dieser Lehrveranstaltung ist jetzt sehr konkret das SDG Nummer 10, welches sich damit beschäftigt, dass die wachsenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten in und auch zwischen Ländern möglichst eliminiert werden sollen. In welchen Bereichen ist das BIN denn in diesem Kontext tätig und mit welchen Organisationen arbeiten sie beispielsweise zusammen oder welche Aktivitäten treiben sie voran? Also zum einen ist es so, wenn man sich anschaut, soziale Ungleichheiten in und zwischen den Ländern zu verringern oder abzuschaffen, hatte ich ja eben schon erwähnt, wir konzentrieren uns nicht auf Deutschland, obwohl auch in Deutschland es soziale Ungleichheiten gibt. Da gibt es aber Gewerkschaften, Sozialverbände, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir gucken, was können wir tun mit unseren Partnern, die wir da an Land ziehen, mit denen wir was machen wollen, sagen wir, was kann eine Exportnation wie Deutschland dazu beitragen, soziale Ungleichheiten zu nivellieren. Und da sehen wir eigentlich zwei Akteure. Zum einen ist es der Staat und zum anderen ist es die Wirtschaft. Und beim Staat ist es so, der Staat kann zum einen Gesetze, Verordnungen erlassen, also Leitplanken, wie etwas geschieht, wie gehandelt wird, zum Beispiel von der Wirtschaft. Da würden wir sagen, was gut wäre, wäre ein Lieferkettengesetz zum Beispiel auf den Weg zu bringen, dass entlang der Wertschöpfungskette die Firmen eben menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, sagt man, einhalten müssen. Und wenn sie das nicht tun, dass sie auch dafür haften müssen. Das wäre das eine, was der Staat tun kann in Deutschland. Das andere ist, der Staat kauft ein. 350 Milliarden Euro gibt er in Deutschland aus, im Jahr, für Produkte und Dienstleistungen. Also nicht für das eigene Personal, sondern wirklich nur für Produkte und Dienstleistungen. Das sind mehr als 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukt. Da kann man sich an zwei, drei Fingern ausrechnen, dass eine unheimliche Marktmacht. Vor allen Dingen in bestimmten Produktgruppen. In jedem Büro, in allen Verwaltungen stehen Computer, Drucker, Telefone. Also diese ganze IT-Elektronik, wo es bislang wenig faire Produkte, soziale Produkte gibt, hat der Staat eine Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass diese sozialer werden. Aber auch andere Produktgruppen, wie zum Beispiel Verpflegung in Schulen, Mensen oder auch Kleidung für Polizisten oder für andere Menschen. Das kann der Staat tun. Dann kann der Staat auch noch was tun, nämlich umverteilen. Sozial, Leuten was wegnehmen, beziehungsweise anderen was geben, Programme machen. Da wiederum ist jetzt auch nicht unsere Schiene, weil da müssten wir sagen, ein Land im globalen Süden, Kamerun, Nigeria, egal was, ihr müsstet euch anders verhalten. Das fänden wir ein bisschen vermessen, aus unserer Sicht, aus Bremen heraus zu sagen, wie sie es machen sollten. Das wäre so ein bisschen ein postkolonialer oder paternalistischer Diskurs. Das wäre jetzt die Ebene des Staates. Wenn ich zur Ebene der Wirtschaft komme, dann kommen wir auch wieder auf Lieferketten und Wirtschaften, wo wir sagen, okay, die Wirtschaft sollte zum einen in ihren Lieferketten schauen, wo werden Menschenrechte verletzt. Idealerweise sogar nicht nur gucken, wie halten wir die ILO-Kernarbeitsnorm ein und wie halten wir die Menschenrechte ein, sondern auch darüber hinausgehend, wie zahlen wir existenzsichernde Löhne. Das ist der einzelne Unternehmer, der das tun kann. Die Verbände, IHKs, andere Unternehmensverbände, branchenspezifische Verbände, könnten darauf hinwirken, dass sie ihre Widerstände aufgeben, gegen so ein Lieferkettengesetz zum Beispiel, weil die sagen immer, freiwillige Selbstkontrolle ist total super, funktioniert. Wir sagen, das funktioniert nicht, merkt man auch. Wir sagen, da muss es andere Lösungen her, es muss ein Gesetz geben und in der Regel auch branchenspezifische Lösungen, weil es ist ein Unterschied, ob ein Rohstoff abgebaut, wenn es da Menschenrechtsverletzungen gibt oder das in der Landwirtschaft stattfindet. Und für uns ist wichtig, dass es immer das Kerngeschäft der Unternehmen betrifft. Das heißt, was man kennt aus der Werbung, für den Kasten Bier retten wir zehn Quadratmeter Regenwald, ist nicht das Kerngeschäft von der Brauerei. Kerngeschäft bedeutet Bierbrauen, Hopfen, Malz und dann nach Verpackung Glas, Aluminium. Da kann man gucken, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten oder Schokolade, das gleiche, Tafel Schokolade, zehn Cent dafür für Bildungsprojekte, mag sinnvoll sein für das Bildungsprojekt, aber die interessante Frage ist, Kakao, Zucker, wo kommt das her und wie wird das gehandelt. Okay. Welche wesentlichen Hindernisse sehen Sie denn auf dem Weg zu einer Erreichung des SDG 10, sofern das überhaupt in einer finalen Form jemals möglich ist? Aber basierend auf der Erfahrung, die Sie während Ihrer Arbeit gesammelt haben, das Thema freiwillige Selbstverpflichtung haben Sie gerade schon mal angesprochen. Gibt es noch andere Punkte, die Sie da ergänzen würden? Ja, ich würde sagen, da gibt es zwei Punkte, die man anführen kann. Zum einen die Definition von Gleichheit. Das heißt, Gleichheit ist ja nicht naturwissenschaftlich definiert. Wenn ich sage, eins und eins ist zwei, kann man es darauf einigen. Ich habe einen Apfel, ich habe einen zweiten Apfel, okay, zusammen sind es zwei. Und wenn ich wieder einen wegnehme, habe ich nur die Hälfte. Was ist moralisch gerecht? Was ist moralisch ungerecht? Muss ausgehandelt werden? Und ich nehme auch an, dass man sich nicht mit allen Menschen darauf einigen kann, was gerecht ist, weil Menschen das einfach unterschiedlich sehen und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dementsprechend ist das schon ein Problem an sich. Wie kriegen wir Gerechtigkeit hin? Das andere ist, wir haben auch systemimmanente Barrieren oder Hindernisse. Zum einen ist es das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem ist angelegt auf Wachstum, auf Rendite, auf Leistung. Und wenn man jetzt umverteilen möchte, nimmt man erst mal jemanden was weg. Und das kann bedeuten, dass entweder ein Wettbewerber dann mehr hat, weil er sich quasi nicht an Gesetze hält oder andere Sachen anders ausfliegt. Oder auch zwischen Staaten. Wenn Staaten umverteilen, müssen sie sich auch im Kapitalmarkt verschulden. Da greift ja auch das Wirtschaftssystem. Und ein weiterer Punkt ist die Entscheidungsfindung. Also wie entscheidet eigentlich ein Staat, eine Gemeinschaft wie er oder sie, wie das System umverteilt? In einem demokratischen System ist es so, westliche Demokratien. Man wählt und dann wird dementsprechend Politik gemacht. Das kann aber auch dazu führen, zum Beispiel im Thema Klimawandel wird man es vielleicht sehen, wenn man merkt, ah, das betrifft ja auch mein eigenes Leben. Ich darf vielleicht weniger reisen oder der allgemeine Rohstoffverbrauch sollte weniger werden, auf kleinerem Fuß leben. Dass die Parteien, die das sagen, die vielleicht auch irgendwann gewählt werden, werden sie wiedergewählt, wenn sie das wirklich umsetzen. Und das sind sozusagen Hindernisse, die im demokratischen System vielleicht dagegen sprechen. Aber auch im autoritären System ist es ein Problem, wie kommt man zu einer Entscheidungsfindung und wie lenkt man das Ganze? Das hat man ja an der zentralen Marktwirtschaft, Plan, nicht Marktwirtschaft, sondern Planwirtschaft in den sozialistischen Ländern gesehen, dass auch so ein Top-Down-Ansatz auch nicht immer einfach ist. Ja. Dann jetzt vielleicht ganz konkret auf Bremen bezogen. Welche Maßnahmen könnte denn die Bremer Politik oder die Bremer Wirtschaft ergreifen, um auf eine Zielerreichung des SDGs Nummer 10 hinzuwirken? Zum einen bei dem Staat, bei der Bremer Politik würde ich sagen, wenn es um Delegationsreisen geht, wenn es um Außenwirtschaftsförderung geht, wenn es allgemein um Wirtschaftsförderung geht, zu gucken, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten müssen eingehalten werden, das auch zu fordern. Zum einen, also appellativ, aber auch wenn es um die Verteilung von Geldern geht, zu sagen, ihr müsst das einhalten und ihr müsst es auch nachweisen und wir gucken darauf. Das ist das Bundesrat darauf hinwirken, dass solche Sachen wie Lieferkettengesetze oder soziale Kriterien eingehalten werden. Und der letzte Punkt, hatte ich eben schon erwähnt, ist das mit dem sozialen und nachhaltigen öffentlichen Einkauf. Da kann Bremen auch noch mehr machen. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen auf die Problematik. Bremen hat im Jahr 2009 das Tariftreue- und Vergabegesetz verabschiedet. Damals war es das erste Bundesland, wo auch die sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen mit drin waren und auch ökologische Kriterien in der Vergabe, wo gesagt wurde, wir wollen, dass sozial und ökologisch nachhaltig eingekauft wird. Jetzt haben wir zehn Jahre später. Bremen hat auch schon viel gemacht, hat auch Verordnungen auf den Weg gebracht, hat sich auf bestimmte Produktgruppen spezialisiert. Es wurden Leute eingestellt, der Einkauf wurde umgestellt. Dann ist man noch lange nicht am Ziel. Das heißt, wir müssen Strukturen ändern. Strukturen ändern ist mühselig. Wir müssen in einzelne Produkte reingehen, in einzelne Einkaufsgeschichten und gucken, gibt es da Siegel, gibt es da Zertifikate. Aktuell sagen wir jetzt für die neue Koalition, da steht auch im Koalitionsvertrag drin, ist es wichtig, dass Eigenbetriebe mit reinkommen oder Anstalt des öffentlichen Rechts. Da gibt es mich auch ein paar große Player. Eigentlich alle kennen die Gewoba oder auch sowas wie die Bremer Lagerhausgesellschaft, Bremenports, auch die städtischen Krankenhäuser, dass die sich auch an diese Vergaberegeln halten müssen. Und bei der Bremer Wirtschaft würde ich sagen, da ist es so, dass zum Beispiel Unternehmensverbände, die Handelskammer oder auch andere ihre Mitglieder darauf vorbereiten, aha, Lieferketten gesetzt, fordert die Zivilgesellschaft, auch die Bundesregierung möchte sowas mit dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Wir müssen unsere Unternehmen darauf vorbereiten, wir müssen sie informieren und die Unternehmen wiederum müssen sich dieses Themas auch annehmen und sagen, aha, wir gucken, was ist denn in unserer Lieferkette und wir merken, da gibt es Probleme, versuchen wir sie abzustellen und wir merken, wir schaffen das nicht alleine. Gehen wir in unsere Branchenverbände und sagen, im Bereich Textilien, zum Beispiel Branchenverband Textil und Mode, wir haben ein Problem. Okay, sucht man nach einer branchenspezifischen Lösung, weil wir alleine schaffen es nicht. Okay, jetzt haben wir bislang viel über politische Strukturen auf einer bestimmten Gesetzesebene gesprochen. Haben Sie denn auch einen Rat oder haben Sie Anregungen dazu, was jeder Einzelne als Individuum dafür tun kann, dass wir uns als Gesellschaft, als Weltbevölkerung dem Ziel, der Zielsetzung des SDGs 10 annähern können? Beginnen möchte ich erstmal so ein bisschen, das so negativ auszudrücken, weil man muss sehen, die SDGs wurden beschlossen von Staaten und die Staaten sind auch dafür zuständig, dass diese umgesetzt werden, diese haben sie ja beschlossen. Jetzt ist die Frage, was kann jeder Einzelne tun, da lädt man so ein bisschen die Verantwortung auch bei den Einzelnen ab. Wo man natürlich landen kann, was auch ein Beitrag ist, der durchaus auch empfehlenswert ist, der aber auch Probleme mit sich bringt, ist die Verbrauchermacht und Änderung des Konsumverhaltens. Zum einen ist es ineffektiv in meinen Augen, wenn sich jetzt jeder Verbraucher überlegt, wie kaufe ich jetzt nachhaltig ein, wie verhalte ich mich nachhaltig. Jeder Einzelne muss sich das überlegen, muss sich über Siegel informieren, das sind unheimliche Ressourcen, die da reingehen und jeder Mensch hat dazu Lust oder auch überhaupt diese intellektuelle Fähigkeit, das im Letzten zu durchdringen. Das gelingt mir ja auch nicht für jedes Produkt. Und zum anderen ist es diskriminierend, weil in der Regel ökologisches und soziales Verhalten ist teurer. Ein fair gehandeltes Produkt ist in der Regel teurer als ein Produkt, welches eben nicht nachhaltig hergestellt wurde, genauso mit ökologischen Produkten. Das heißt, die Leute, die es sich leisten können, ein Oberstudienrat kauft sich diese Produkte, sagt alles wunderbar, steigt dann in sein SUV und fährt weiter und eine Reinigungskraft denkt sich, ist irgendwie unangenehm, jetzt muss ich auch noch den Ausbeuterkaffee trinken, obwohl ich eigentlich es anders haben möchte. Trotz alledem können die Verbraucher natürlich was machen. Ich würde aber eher sagen, wenn diese Verbrauchergeschichten einen zu sehr anstrengen, gucken, kann man politisch aktiv werden in den Bereichen, wo es für einen auch einfach ist. Nicht jeder Mensch ist politisch, aber man hat vielleicht im Firmenumfeld oder im Sportverein Möglichkeiten, sich einzubringen und zu sagen, hey, das finde ich wichtig. Ansonsten natürlich auch an politischen Aktionen teilnehmen, Unterschriften, Kampagnen oder sonstige Dinge unterstützen, zu gucken, wie kann man das vorantreiben. Beim Klimawandel waren jetzt vor ein paar Wochen 5.000 Leute in Bremen auf der Straße, um quasi zu sagen, Politik macht was. Das fand ich schon eine riesige Menge, ist auch wichtig und mein Fokus wäre eher zu gucken, Strukturen ändern und nicht zu sagen, wie mogel ich jetzt alleine irgendwie los. Das ist zwar gut, sinnvoll, würde ich auch nicht sagen, das bringt nichts, aber man bleibt immer an einer kleinen Nische und der Impact ist klein, als wenn man eine Struktur ändert, wenn man das große Ganze im Blick nimmt. Da würde ich sagen, ist ein bisschen mühseliger, auch ein bisschen schwerer zu greifen, bringt es aber. Vielen Dank, Herr Duis, für diese aufschlussreichen Einblicke. Gerne. Und Ihnen, liebe Studierende, wünsche ich weiterhin viel Vergnügen und erkenntnisreiche Momente beim Betrachten der weiteren Episoden dieser Lehrveranstaltung.